Bei mir ist jetzt Leo Schirmer von der Firma Project Air aus Berlin. Leo ist verantwortlich für DBI in Berlin und ich hoffe, er erzählt uns ein bisschen was. Leo, hallo! Hallo, gut, schön, dass du dich da bist. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Dann nimmst du deinen Vortrag, bis er ein bisschen später ran. Ja, Project A, was ist Project A eigentlich und was ist deine Aufgabe? Project A ist ein Company Builder. Das heißt, wir unterstützen junge Firmen dabei, ein Unternehmen, ein neues Unternehmen aufzubauen. Einmal finanziell, aber auch operativ. Wir haben Experten aus IT, aus Online Marketing, aus BI und aus Organisationsaufbau. Und die helfen dann einfach den jungen Kollegen dabei, ihr Unternehmen aufzubauen und zu skalieren. Wie sieht für dich so der Alper-Zeit auch aus? Gibt es für dich so ein Kochenzept, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier noch neue Konten und da gehen wir so einen Druck vor. Und so Tools sind eigentlich immer die gleichen Gemeinsatz haben. Wie genau schreiten wir das auf die einzelnen Ventures zu? Das ist schon sehr unterschiedlich von Venture zu Venture. Also es gibt zu bestimmten Themen haben wir so eine Art Kochenzept. Also zum Beispiel E-Commerce machen wir jetzt nicht das erste Mal. Da wissen wir schon relativ genau, wie das funktionieren muss. Solche Tools wieder einsetzen und kennen auch den zeitlichen Ablauf. Es gibt da auch Themen, die für uns relativ neu sind. Also unsere Schwerpunktgebiete sind ja Internet, Ad-Tag und Mobile und so im Mobile-Bereich. Aber auch im Ad-Tag-Bereich, da sind manche Themen einfach noch relativ neu. Da läuft das Ganze dann ein bisschen anders, als wir das früher kannten. Und das ist dann immer sehr individuell, wie wir da vorgehen. Du sprichst das Thema Mobile ja schon an. Inwiefern ist Mobile eigentlich für euch relevant? In Zukunft zahlen die Mobile immer mehr zu. Sind eure Ventures quasi schon Mobile zugestimmt? Zum Teil würde ich sagen, ja. Also wir haben Ventures, wir haben zum Beispiel Wine in Black. Die haben ihre Mobile-App und als wir damit auch schon die ersten erfolgen. Werden auch weiterhin in der Richtung einiges Unternehmen. Andere werden da sicherlich nachziehen. Und wir haben auch inzwischen schon Geschäftsmodelle, die wirklich nur ausschließlich Mobile sind. Ist für uns ein großes, wichtiges Thema. Siehst du das denn so, dass gerade reine Mobile-Commerce-Projekte im gleichen Umfang startet werden können, wie normale Projekte, die vielleicht nicht nur auf Mobile-Touching sind? Es ist schwer für mich da eine generelle Afort zuzugeben. Also reine Mobile-Commerce-Geschäfte, das kann schon funktionieren, aber das funktioniert dann halt völlig anders, als als klassischer Unmöse. Das ist dann was ganz anderes. Aber das nimmt zu in der Supply-App-Block? Das nimmt aufgrund der vermehrten Nutzung definitiv zu. Wir sind jetzt hier auf der Analytics Summit. Das heißt, im Grunde genommen dreht sich ja alles um das Thema Analyse. Alles soll ein S-Fahr sein. Alles soll transparent sein. Inwieweit spielt das für eure Ventures eine Rolle? Habt ihr KPIs definiert, die für alle Ventures gelten? Oder seid ihr da wirklich ganz in den URL, dass ihr jedes Venture quasi für sich einfach an den Mut haben wollt? Genau. Das sind eigentlich zwei Fragen. Die Arbeiter, der erste fragt eigentlich ja, unsere Ventures hat hier total datengetrieben. Also die schauen sich ganz genau an, überlegen sich ganz genau, was sind eigentlich für sie die KPIs, was müssen sie sich eigentlich regelmäßig angucken, wovon hängt eigentlich der Erfolg ihres Geschäftsmodells an? Das wird auch typischerweise vorab definiert und dann schaut man die sich auch an. Aber, Antwort auf die zweite Frage, das unterscheidet sich schon von Venture zu Venture erheblich. Also man kann nicht zwei verschiedene Geschäftsmittel mit den gleichen Kennzahlen melden. Das macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn. Aber da gibt es auch bestimmt paar Erwählen, vor allem im Meisterbereich, wo du anders sagst, okay, das sind die KPIs, die wir definieren, die werden nicht immer einen Einsatz haben, was sonst vielleicht überhaupt falsch spielen können. Klar. Wenn man Commerce macht, dann macht es immer Sinn, sich den Umsatz anzuschauen. Man macht es auch Sinn, auf die Margen zu gucken. Und die Anzahl der Kunden, die man hat, am Weg zu behalten und vielleicht auch mal zu schauen, was ist eigentlich so ein Kunde wert. Das macht definitiv immer Sinn. Aber danach fängt es dann schon an, nicht zu unterscheiden. Ob ich einen Shopping-Club habe oder ob ich einen klassischen Shop habe. Da geht es dann schon auseinander. Ja, beim Projekt AI hast du ja eigentlich eine große Rolle umgelegt. Das heißt, du tauchst ja auch in viele einzelne Branchen ein. Wie siehst du das Thema Conversion Attribution? Wie weit spielt das für euch eine wichtige Rolle, dass du sagst, ich nutze Attributionsmodelle und habe die vielleicht einfach so ein Erfolgsrezept, dass ihr sagt, wir haben ein klassisches Attributionsmodell, was wir so gut wie immer einnützen? Commercial Attribution ist wichtig. Haben wir auch gerade erst wieder einen Vortrag gehört in der Keynoteam und der Site. Das Modell, was immer passt, gibt es aus meiner Sicht nicht. Was wir haben, ist, wir haben tschuldigweise einen Startpunkt. Einfach Modelle, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Die wir dann erstmal einsetzen und schauen, wie muss man die jetzt adaptieren, damit sie dann zu dem jeweiligen Geschäftsmodell passen. Ansonsten tendiere ich eigentlich fast dazu, schon so einen Schritt weiter zu gehen und jenseits der Modelle zu denken. Weil so ein Modell ist ja immer eine starke Vereinfachung und man kann immer sehr leicht irgendeinen Fall konstruieren, bei dem jedes Modell, was man auf Anhend nicht funktioniert. Wo man sehr schnell sieht, oh, das passt in dem Fall natürlich nicht. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich, sich von den Modellen wieder so ein bisschen zu lösen. Das ist auch das, was Google Analytics jetzt mit diesem Data-Griven-Entribution macht. Das finde ich eigentlich sehr spannend, dass man nicht sagt, man hat ein starres Modell, sondern man hat eigentlich ein flexibles System, was in der Lage ist, verschiedene Customer-Journeys unterschiedlich zu interpretieren. Und das heißt, findest du das auch im Laufe des Modells? Verändern sich solche Attributionsmodelle, die vielleicht festlegen, im Laufe des Werkszeit? Ja, die ändern sich auf jeden Fall. Also, gerade auch wenn so ein Unternehmen langsam erwachsen wird am Anfang, braucht man natürlich das komplizierteste Modell, das wäre dann vielleicht viel zu kompliziert. Okay, mit einem einfachen Modell zu starten, muss man einfach erst ein Ergebnis haben, mit dem man arbeiten kann. Dann wächst das Unternehmen, dann wird der Marketing-Mix kompletter, dann wird das Ganze komplizierter, verschiedene Kanäle beeinflussen sich gegenseitig. Und dann muss man auch zu komplizierteren Modellen übergehen. Das heißt, die standardisierten Modelle, die reichen uns eigentlich an? Die reichen uns nicht, aber die sind mit der Startrunde. Also, das würdest du jetzt im Startup empfehlen könntest und sagst, okay, wenn ihr euch das auf jeden Fall sehen könnt oder euch nicht wollt, dass man mit der Startup-Modelle erstmal arbeitet? Ja, unbedingt. Also erstmal die Standardmodelle anschauen, dann auch gucken, welche Unterschiede treten denn eigentlich auf, wenn ich verschiedene Standardmodelle einsetze. Weil da kriegt man jetzt mal so ein Gefühl dafür, wie groß ist denn eigentlich der Einfluss davon, welches Modell ich anwende. Genau. Und das, was mich immer so ein bisschen irritiert, ist die Suche nach dem richtigen Modell. Im Grunde genommen, weiß ich selber nicht, ob es das gibt. Also früher war alles falsch, Last-Kick, First-Kick. Habe ich mittlerweile eingesehen, das macht wenig Sinn. Aktuell sehe ich diese Modelle eher so, sie sind weniger falsch. Das heißt, sie sind Stellenveräußerung da. Wie sieht das da noch, gibt es das perfekte Modell oder würde es das irgendwann geben? Nein, ich glaube nein. Weil ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Alle Modelle sind falsch. Habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, man kann eigentlich immer irgendeinen Fall konstruieren, wo dann ein bestimmtes Modell nicht passt. Es ist immer eine Vereinfachung. Und aber man kann mit vielen Modellen, die immer zu hart kommen und selben arbeiten, gute Ergebnisse erzielen. Kommen wir zum nächsten Thema. Digitale Analyse. Im Moment sieht sich ja ziemlich viele Herausforderungen gegenübergestellt. Wir haben ja jetzt eben über das Attributionsgetein gesprochen. Wir haben das Thema Multi-Device, ein Second Screen, auch das Thema Mobilität. Welche Herausforderungen habt ihr euch gerade so gegenübergestellt? Was ist für euch gerade gut? Was setzt ihr euch neben den Attributionsmodellen gut aus? Multi-Device-Tracking ist definitiv ein Thema. Weil das konzeptionell ist, das relativ leicht zu lösen. Ein Benutzer hat mehrere Devices und die muss man am Ende irgendwie wieder zusammenführen, um den Benutzer zu betrachten. Praktisch, technisch ist das aber nicht ganz einfach, das wirklich umzusetzen. Weil man da mit verschiedenen Tools manchmal zu tun hat, die dann irgendwie wieder zusammenbringen muss. Das ist eher so eine technische Herausforderung als eine konzeptionelle. Konzeptionell ist das nicht so kompliziert aus meiner Sicht. Siehst du da auch die Möglichkeit, Offline-Kampagnen zu bewerten mit der Digitalisierung? Also bestimmt online dann mittlerweile auch offline? Das letzte bestimmt online? Ja, weil quasi ist die Datengetriebenheit mittlerweile auch in Offline-Kampagnen angekommen? Also kann man Offline-Kampagne sicher bewerten? Wahrscheinlich nicht in jedem Geschäftsmodell, aber bei den Ventures, mit denen wir arbeiten, die zuteil auch Offline-Marketing-Kampagnen laufen haben, da machen wir das. Da wollen wir auch Offline-Kampagnen bewerten und nicht sagen, Offline ist eine Welt für sich, sondern im Prinzip muss ja online und offline irgendwo vergleichbar sein. Man muss ja entscheiden, wo man jetzt die nächsten 1.000 Euro Marketing-Budget ausgeben möchte. Okay, lass uns mal auf meine Glasfuhl schauen. Was siehst du in den nächsten 3 Jahren in digitaler Analyse auf uns zukommen? Also was sind so Herausforderungen, die zukünftig eigentlich noch im Spiel werden? Wenn das nicht in die Augen wird, aber was wird kommen? Na erstmal, da muss man nicht 3 Jahre gucken, sondern über die nächsten Monate, vielleicht das nächste Jahr wird das Thema Multi-Device-Tracking, wird glaube ich ziemlich weit oben auf der Agenda stehen. Customer Journey-Analyse, also Attribution. Aus meiner Perspektive war das jetzt eher so das Thema der letzten 2-3 Jahre, da wurde ganz viel gemacht und da ist man auch relativ weit an dem Punkt. Also solange man modellbasiert attribuieren will, sind glaube ich die Tools bestimmt so weit, dass das gut geht. Da wäre eigentlich der nächste Schritt aus meiner Sicht wieder, sich von diesen Modellen stückweit zu lösen. Und zu sagen, eigentlich wissen wir ja, dass alle Modelle falsch sind, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir stattdessen machen, mit irgendwelchen statistischen Methoden dann solche Customer Journeys auswerten können. Okay, Leo, ich bedanke mich bei dir. Danke. Ich wünsche dir viel Spaß bei FlickSummit und einem am Vorteil. Vielen Dank. Bitte.